so hallo wir machen weiter bei einer runde fortnight letztes mal haben wir versucht zu klettern irgendwie hat es nicht funktioniert ich habe mir das jetzt noch mal angeschaut und eigentlich klappt es genauso wie wir das gemacht haben also keine ahnung warum es halt nicht funktioniert hat ich weiß es nicht ich weiß es wirklich nicht ich probiere es jetzt einfach noch mal aber ich habe gesehen bei jemandem der das im video gemacht hat dass der auch so eine anzeige hat wo man klettern kann weiß nicht ob das was ist was mir fehlt aber der ist auch einfach an jedem beliebigen dach ist er einfach hoch geklettert wir können es mal mit diesem fischerhaus hier zum beispiel probieren ich hoffe ich habe hier meine ruhe den moment hier mal hoch zu klettern er hat sich da vorgestellt ist gesprungen hat die leertaste gedrückt und es hat gezählt als auftrag durch weiß nicht weiß nicht warum das licht gezählt hat so ich habe jetzt auch eingestellt dass man automatisch dings bekommt dass das die waffen automatisch eingesammelt werden wenn platz ist wohlgemerkt natürlich nur und fisch geht nicht okay so jetzt gucken wir mal also springen leertaste warum zählt es nicht es steht sogar dort leertaste zum hochziehen und genau das hat er gemacht und das hat gezählt was ist denn das kann doch nicht sein also irgendwo war hochziehen aktivierung ich mache das mal aus so vorwärts halt mal gucken was er jetzt sagt er zählt es halt trotzdem nicht zieh dich an vorspringen hoch um eine erhöhte position ich mache genau das was der typ im video gemacht hat checks nicht mehr fische die richtung wird ordentlich geschossen wir haben noch nicht sonderlich viel waffen das ist ein bisschen schlecht aktuell und loll hier ist einfach eine angel drin okay auch witzig ist dann auch eine angel drin oh ok da können aber nicht nur angeln da können auch ok was ist das in der haponier ach das ist dass man sich so ziehen kann na ok ja interessant problem ist nur aber wie kriege ich diese anzeige her dass man sieht woran wo man klettern kann warum habe ich diese anzeige nicht läuft ein oder ist das das viech wir müssen auf jeden fall zur zone ok die ist gleich hier das ist gut das ist sogar sehr gut ich brauche halt auch munition ich brauche dringend mehr munition das was ich aktuell habe ist effektiv nichts wert die können ja zum glück gut gut ganz gut schwimmen das mit dem hochziehen verstehe ich nicht also irgendwas läuft da komplett schief es sollte eigentlich ganz normal funktionierendes hochziehen jetzt muss ich einfach mal das ding neu starten kann schon sein ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht brauchen wir munition ist hier mit der munition drin wo wartest du kurz hier sind wir cool entziehen kann es da aufsachen ah nee das ist wahrscheinlich für autos sind wir cool wieder ok nice munition die müsste ich auch von dem viech aus aufsammeln können jawohl aber nichts für meine ja ein bisschen was waffelt für meine waffen ok dann müssen wir die anderen waffen mal aufnehmen so ok ok jetzt haben wir ein bisschen was ja das sieht doch schon besser aus hat der gerade den fisch gegessen der fisch ist weg ich glaube der hat den fisch gegessen aber ist ok wenn der hunger hatte dann darf er auch den fisch essen wait aber wo ist jetzt meine mein scharfschützen ding hin ich wollte es eigentlich nicht hä wo habe ich das liegen lassen habe ich das da oben drin liegen lassen hä ich hatte doch so ein scharfschützenteil ach ist es ist es ist es ist es ja es ist das ding hier hab nix gesagt ich bin nur dumm alles gut ich bin nur dumm ich stelle das hochziehen mal wieder um dass es nicht äh mich nachher stört so aber ich verstehe nicht warum es nicht funktioniert so es ergibt für mich keinen sinn ich mache alles richtig also mache ich halt wirklich aber ich habe diese anzeige nicht ne bei dem typen wo ich es gesehen habe aber vielleicht lag es daran weil er mit kontrolle gespielt hat ich weiß es nicht da war so eine anzeige wenn er da hoch geguckt hat dann ist die fläche an der es sich hochziehen konnte die ist farbig geworden hier wird nix farbig ich check's nicht was mache ich denn falsch man ich mache oh scheiße okay hi ich mache nichts falsch ich verstehe es doch nur nicht jetzt können wir mal vorsichtig uns ein bisschen bewegen oh da ist da kommt eine kiste runter will ich da hin lieber nicht aber vielleicht sehe ich ja andere die da hingehen vielleicht sehe ich ja andere die da hingehen F wo wo da unten da unten nein du kannst du den du kannst du denn du kannst du den du kannst du Nein! Die kann ich so hart verfehlen. Ist das ein Bot eigentlich? Bin ich wieder in der Bot-Runde gelandet? Ich bin so schlecht, ey. Das ist doch ein Bot. Ihr erzählt mir doch nicht... I ate my spacebar. Ich bin doch in der Bot-Runde wieder hier, oder? Das wollte ich nicht. Ich wollte die Waffe hier aufheben. Dankeschön. Ich bin doch hier in der Bot-Runde wieder gelandet. Wo ist mein Tier? Ist mein Tier kaputt? Scheiße. Oh, Odd erkennt... äh, entdeckt. Schön. Das Klettern wird einfach nicht angenommen. Ich versteh's nicht. Oh shit, ich... Ich vergesse jedes Mal, dass ich nicht Dings hab. Kein... kein... Äh, hier. Weißt du schon. Zum Landen. Das ist so bad, was ich da tue. Ich glaube, ich hab'n Southpack. Ich kann das mal eben auf den Boden knallen. Sehr schön. Aber das war doch grad... Also entweder der war einfach schlecht, oder das war ein Bot. Ich mein', wir wissen ja... Fortnite ist, äh, skill-basiertes Matchmaking. Ne? Also, es ist schon... Nicht komplett ausgeschlossen. Aber ich versteh... Ich versteh das. Das ist was, was mich grad am ehesten nervt, dass ich dieses Klettern nicht... Ich mach' es ja. Ich bekomm's ja nur nicht. Ich mach' ja alles richtig. Das ergibt keinen Sinn. So. Da hab' schon wieder ne Kiste, die unterkommt. Oh, shit. Ey, so schlecht wie... Ja, komm. So schlecht wie die Zielen. Ja, Safe-Bot. Safe-Bot. Alter, wie schlecht ich gezielt hart einfach. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Das sind sowas von Bots. Oh, Mann. Oh, jetzt hab' ich aber hier ordentlich Position bekommen für... Problem ist halt, man hat hier immer nur einen Schuss. So, das ist das Ärgerliche. Okay, komm, los. Jetzt war die Kiste. Wenn wir hier eh Bots haben, dann rennen die jetzt auch nicht zu der Kiste hin. Dann juckt das. Dann juckt das. Da hab' ich hier Kampfmaschinenpistole, ja. Kann man austauschen. Zack. Mehr Munition. Oh, wir müssen schon wieder weiter. Hab' ich da oben jemanden gesehen? Ne, war wahrscheinlich die... Irgendein Effekt. Ah, ich hab' jetzt auch gelernt, wie man markiert. Man markiert mit, äh... So nämlich. Eine Waffe noch markieren. Dann haben wir das auch abgeschlossen. Mit, äh, achso. Bevor ihr fragt, man markiert mit rechter Maustaste. Hätte ich vielleicht das dazu laden können. Ah, die hab' ich wohl schon markiert. Huiiii. Ja, hier kann ich mich nicht hochziehen. Das ist zu hoch. Aber... Ich probier's 50.000 Mal, aber ich... Es geht einfach nicht. Ich weiß nicht, was ich anders tun soll. Ich weiß es einfach nicht. Okay, wo? Da unten. Oh, das war ein Tier? Na gut. Auf ein Tier wollte ich eigentlich nicht schießen. Aber es hat doch einer geschossen auf mich. Oder hab' ich geschossen und ich hab's nur nicht gecheckt. Ach, warte. Wenn ich da jetzt grad ein Tier erledigt habe... Dann könnte ich aber auch mal kurz Fleisch zu mir nehmen. Ah, ne. Ich hab' kein... Ich hab'... Ich bin voll. Weil Fleisch gibt's ja auch als... Ja, genau. Ne, dann bleib mal bei den Southpacks. Ich wollte nur Fleisch. Gibt's ja auch als Mission. Aber dann geht das halt gerade nicht. Was sieht man hier niemanden? Oh, was ist da oben? Kommen wir da hin noch? Kommen wir da auf entspannt noch hin? Oh, was ist da jetzt für ne Dings aufgetaucht auf der Karte? Ah! Der Punkt ist aufgetaucht. Ich verstehe. Da se... Dann seh' ich darin jetzt auf der Karte, wo ich hin muss. Das hatte ich davor irgendwie noch nicht gesehen. Uh, die ist lila. Ist das die, die ich vorne hab'? Ne, das ist ne andere. Ah, das ist die da. Okay. Dann tauschen wir die mal mit der da aus. So, drei Spieler sind noch übrig. Das sind drei Bots. Wo? Die müssen ja hier in der Nähe sein. Aber das Klettern triggert mich massiv, ne? Hier, Leertaste zum Hochziehen. Ist das... So tue ich. Und das hat gezählt in dem Video. Vielleicht zählt das im... 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 Vielleicht zählt das nicht im Null-Baut-Modus. Das könnte höchstens sein. Dass es da nicht zählt. Aber das ergibt keinen Sinn. Oh, es wird noch mal kleiner. Scheibenhonig. Aber ich seh auch niemanden muss in die Däden. Muss ich mein Haus verlassen. Das ist nicht gut. Nochmal ne Waffe markieren. Oh, hier. Natürlich ist der Bereich, in dem der ist jetzt größer als alles andere. Logisch. Sollte das... Yo! Wo denn? Woher? Da! Da! Scheiße! Mann! Ah! So ein Käse. So ein Käse. Ach man, da sind sie gekommen. Okay. So. Sind wir schlauer mit dem Hochziehen? Nein. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, was ich falsch mache. Dann gehen wir jetzt mal kurz in den normalen Modus rein. So, wir sehen uns gleich wieder. So. Habe jetzt mal gesehen, es zeigt auch unten schön an, dass man pausiert. Also, es dürfte man eigentlich fast nicht übersehen, aber ich werde es auch mal übersehen. So, wie auch immer. Ähm, ich habe mal neu gestartet. Mal gucken. Und wir spielen jetzt gerade normalen Modus. Also, ohne... Also, mit... Also, mitbauen. Mit ohnebauen, sozusagen. Ähm, ohne mitbauen, so... Ohne, ohnebauen. Jetzt habe ich es. Ähm. Mal gucken, ob das jetzt irgendwas anders macht, aber... Ich schätze nicht. Aber ich weiß es nicht. Wir werden es einfach mal hier klettern. Also, die Kletternzeige bekomme ich trotzdem nicht. Naja. Vielleicht liegt es daran, dass man das in Season 2 machen konnte und es zeigt es mir einfach noch an aktuell. Aber es ist halt komisch, dass ich es trotzdem sehe. Versteht ihr? Das dürft ihr dann die Mission nicht mehr anzeigen, wenn die nicht mehr relevant für mich wäre. Ach, was weiß ich. Okay. Lass uns mal ein paar andere Missionen machen. Aufträge. Was muss ich alles tun? Isst eine Frucht oder ein Stück Gemüse? Okay. Haben wir schon eins gemacht. Markiere ein Sturmgewehr und eine Schrottflinte. Okay. Was habe ich jetzt noch nicht markiert? Ich habe keine Ahnung. Ich markiere einfach Wild her. Konditionen mit Fleisch wiederherstellen. Okay. Die drei Aufträge kriegen wir hin. Yo, da drüben ist Ali-Gali. Okay. Okay, ich kriege das nicht hoch. Wo ist die Kiste, ey? Ich habe nichts. Nicht euer Ernst. Okay, das ist ein Bot. Wir sind wieder bei... Ja, wir sind wieder im Bot-Modus. Wollte schon sagen, hä? Was ist denn da los? Hä, wo soll die sein? Hä, wo soll die Kiste... Oben? Okay, die habe ich scheinbar schon markiert. Da muss ich mal noch andere Sachen markieren. Wo muss ich eigentlich hin? Okay, wir sind gut. Alles easy. Wir sind gut. Okay. Nächste Kiste mit Chance auf die Waffe, die wir brauchen. Na, die habe ich wohl auch schon markiert. Oder sie gehört nicht dazu. Kann man aber auf jeden Fall mitnehmen. Ah, nee. Ganz ehrlich, ist das die gleiche? Nein, ist ne an. Ah, aber die kann ich... Ja, passt. Passt, passt, passt. Southpack. Da. Ähm. Sehr gut. Auch gut. Sonst ist hier nichts weiter. Außer... Vorsprünge, auf die ich nicht klettern kann. Also ich kann drauf klettern, aber er kapiert es nicht, dass ich drauf klettere. Das macht mich echt fuchsig, ne? Das macht mich echt fuchsig. Ich könnte mir höchstens, wie gesagt, vorstellen, dass es in der Season nicht mehr gedacht ist. Keine Ahnung, was das ist. Okay. 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 Okay, hat sie jetzt doch nicht mehr ganz wie ein Bot angefühlt. Nee, kein Bot. Aber gut. So. Äh, wir gehen zurück zur Lobby, weil Klettern klappt hier ja auch nicht und ich wollte ja eh nicht im Bauen-Modus spielen. Hm. Naja. Also es bringt jetzt auch nichts weiter zu verfolgen, das Klettern. Es geht halt einfach nicht gerade. Ich habe aber auch, was mir eben auffällt, normalerweise müsste hier ein Schließe-das-Boot-Camp-Ding da sein, aber das ist auch nicht da. Hier ist kein Schließe-das-Boot-Camp-Auftrag. Der ist nicht da. Hier ist kein Schließe-das-Boot-Camp-Auftrag. Vielleicht hätte man das in der Season 2 machen sollen. Es ist einfach nur deswegen da, weil halt ich verfolge ihn jetzt mal nicht mehr den Auftrag. Wie auch immer, ähm, wir gehen wieder in Null-Bauen rein und los geht's. Wir sehen uns gleich wieder. So. Here we go again. Ich würde mal auch sagen, wir gehen über eine Fläche runter, wo wir noch nicht aufgedeckt haben. Da wäre vielleicht ganz gut. Auch wenn da vielleicht viele rausgehen, weil's Mitte ist, aber um die Karte aufzudecken, warum nicht, ne? Das dürfte auch reichen, in der Nähe zu landen einfach. Okay, es reicht noch nicht. Da ist schon mal ne Waffe. Sehr gut. Conny Crossroads. Aber das ist immer noch nicht die Waffe, die ich markieren muss. Schade. Oh! Ich hab da grad was eingesammelt. Ihr wisst genau, was ich zu tun habe. Gebäude in Brand setzen. Juhu. Alles für Missionen. Hab ich wohl schon markiert. Wieso hab ich die jetzt nicht eingeschaut, weil ich die schon hab, deswegen. Ich bin so blöd, ne? Das muss doch ein Bot sein. Die können doch nicht so schlecht sein. Das erzählt ihr mir doch nicht. Aber ich kann doch nicht schon wieder in der Bot-Runde gelandet sein. Oh. Das erzählt ihr mir doch nicht. Mutter, Kids, Fits, irgendwas. Und ich brauch Munition. Ist nicht gut, was hier passiert. Nur noch zu wenig Munition von allem. Was muss ich denn jetzt noch markieren, Mann? Irgendwas fehlt mir noch, was ich noch nicht markiert habe. Pff. Scheiße. Das war nicht ganz, was ich wollte. Also, eher so gar nicht. War auch alles schon markiert. Aber wir bekommen immerhin Munition. Wo ist die andere? Da oben wahrscheinlich. Okay. Schild. Schild ist richtig und wichtig. Rein damit. Zack. Ich mein, ich hab die ja auch gerade doppelt dabei. Ich trottel. Da kann ja eine raus. Ja, so seh ich das auch. Oh Gott, ich... Oh mein Gott. Nein, ich war nicht in dem Mac. Alles gut. Ach, der redet da draußen. Okay, ich checke es. Alter. Aber in der Richtung wird geschossen. Da kann ich mich da ja ein bisschen einmischen. Vielleicht nicht so. Und da habe ich die meisten Schüsse mit dem Ding. Okay. Whisky, was ich hier tue. Oh, da oben wäre nochmal ein Schilddrang. Und da unten ist erstmal eine Kiste. Und hat sich erledigt mit dem zweiten Schilddrang. Ach, ich darf ja nicht laufen, wenn ich trinke. Wer hat geschossen und wo? Mann, was habe ich denn jetzt noch nicht markiert? Ich markiere die ganze Zeit wie ein Wilder und... Das wird einfach nicht. Okay. Okay, die Schüsse höre ich jetzt aber auch nicht mehr. Warum ist das jetzt so neblig geworden? Ähm. Das sieht wild... Okay, Fleisch. Perfekt. Dann können wir einmal die Fleischmission machen. Hallo? Ist das kein Fleisch? Oder habe ich die Fleischmission schon? Kann ich mich hier mal kurz hinknien und gucken? Was ich habe und was nicht? Täglich. Stelle Kondition mit Fleisch... Ach so! Ah, okay, okay. Das geht auf die Menge. Verstanden. Das ist nicht mach's einmalig, sondern das geht auf wie viel man... Okay, muss ich öfter machen. Verstanden. Gut. Ist gebongt. Aber trotzdem zeigt's da oben den Auftrag halt an, obwohl ich die nicht mehr verfolge und nix... Ah, das ist doch kacke. Wo ist denn die? Weiter oben? Uh. Oh, das... Oh, da hab ich nur eins von. Das geht nicht. Ah, hier ist das Ding. Jetzt aber. Welche... Welche ist das? Scheiße. Hat mich einer gesehen oder war das Zufall? Wie soll mich denn hier drin einer sehen auch? Hä? Ich glaub, das hat man nur gehört. Oh, wir müssen aber... Ach, du Schande. Okay, wir brauchen ein Auto. Die zieht sich noch nicht zusammen, ne? Doch, die zieht sich zusammen. Scheiße. Okay, das geht jetzt nicht gut. Das geht nicht gut. Okay, da ist ein Auto. Tschau. Ah, ich kann jetzt nix... Ich kann jetzt nix essen. Ich bin nämlich voll. Schade. Hauke des Sturms wird kleiner und die Gurken da noch rum. Ist auch interessant. Oh, hey. So. Wir sind jedenfalls schon mal angekommen. Wir sind jedenfalls schon mal angekommen. Jetzt habe ich alles markiert. Endlich. So, nice. Okay, dafür habe ich zu wenig Munition. Ich bleib bei der Waffe, die ich hab. Ist nur die Frage, wo ist jemand? Man hört ja Schüsse. Ich bleib hier schön... Schön ruhig unterwegs. Unterwegs. Oh oh. Oh. Nein, 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 nein Sonst gleich... So. Da geht's direkt weiter. Okay, wo wollen wir hin? Hier, die Wüste können wir mal aufmachen. Alles, was da wüst ist, können wir mal aufmachen. Da haben wir drei Bereiche, die wir öffnen können. Das machen wir doch gleich mal. Wo ist das erste Fragezeichen? Okay, gleich gerade. Okay, einfach gerade durch. Perfekt. Landen zwar jetzt auch drei Millionen Leute, aber was soll's. Außerdem müssen wir noch Fleisch finden. Oh, das ist eine Harpune. Oh, ich kann damit sogar angreifen. Chillig. Scheiße. Okay. Uh, da hab ich jetzt aber Glück gehabt, dass das passiert ist. Uiuiuiui. Ich brauch Energie. Ich brauch dringend Energie. Kann ich den erstmal schnell zu mir nehmen? Hat mich einer gesehen oder war das Zufall, dass es zu mir gekommen ist? Das wird zumindest nicht mehr geschossen. Das wird zumindest nicht mehr geschossen. Oh, äh, hier geht's auf. Oh, äh, hier geht's auf. Oh, äh, hier geht's auf. Okay. Oh, äh. Ich bin hier nicht sicher. Ist viel zu viel los. Muss hier irgendwie... Ja, ja. Muss hier irgendwie wegkommen. Nice. Gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Können wir jetzt hier eigentlich... Was müsste ich jetzt eingeben, um mich hier zu heilen? Ah, okay. Werde verarztet. 100 Barren werden das dann. Und hier 10 Barren. Okay, ich verstehe. Ja, lass mich in Ruhe. Gut. Problem ist, wir müssen, wie gesagt, hier... Wir müssen hier... Oh, oh, nice. Ne, nicht so. So. Wir müssen hier aber, wie gesagt, wir müssen hier weg. Hier ein Auto irgendwo? Wo muss ich eigentlich hin? Ach, so weit ist es gar nicht. Mit dem Fahnen? Ähm, okay. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ich... Ich... Oh, das ist bei uns am Baum. Ja, nice. Kann ich da rein? Okay. Ähm. Ja, komm, wir machen gleich die richtige Verarztung. Oh, ich seh da was. Ihr wisst es doch. Na komm, wir gehen zwar mit. Ähm. Ja, aber mehr Gebäude haben wir jetzt ja auch gerade nicht. Oh, da ist aber was anderes Nices. Da ist jetzt eine Frucht gelandet. Kann ich die auch mal zu mir nehmen? Ich muss eine Frucht essen. Ach, wie, Schild ist voll. Wenn ich mich kurz selber verbrenne, ist dann Schild immer noch voll? Oh, jetzt ist es weg. Ah, nee, ich hab noch eins. Aber ist das jetzt, ist ein bisschen riskant, ne? Geht es auf Schild? Oder geht es auf Energie? Okay, das geht nicht auf Schild. Schade. Oh, ich kann es trotzdem essen. Nice, weil es beides auffüllt. Okay, okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann haben wir das jetzt nämlich auch gemacht. Prima. Das war nämlich auch ein täglicher Auftrag. Sehr schön. So. Dann gehen wir doch mal zu unserem Bäumchen und gucken, was er so zu bieten hat heute. Ist doch auch was. So. Viele nette Dinge. Ähm. So. Und hier ist nur noch ein Gebäude zum kaputt machen. Nice, nice, nice. Okay. Will ich das Ding noch mitnehmen? Vielleicht statt dem Ding. Wobei, äh, wir lassen es mal so. Ist da einer gerade ins Wasser gesprungen? Habe ich hier was zum... Habe ich hier irgendwas Scharfschützenartiges noch vielleicht? Nein. Nein. Ist das da? Ja. Der Richtung wird geschossen. Will ich da hin, ist die Frage. Es wird schon wieder so neblig hier. Oder wird viel geschossen? Weiß nicht, ob ich da hin will. Weiß es nicht. Man sieht auf jeden Fall nix. Okay. Jetzt bleibt einem nicht nur noch mich heilen mit nem Tier. Also mit Fleisch. Aber das... Dafür muss ich halt erstmal Schaden haben. Und gleichzeitig ein Tier. Okay. Kann sein, dass wir das dann nicht machen. Man muss ja auch nicht alles machen. Okay. Okay, wohin geht's eigentlich weiter? Okay. Wir sind ganz gut auf dem Weg. Wobei, Schaden schnell mal zu machen, das kann ich. Und das ist nicht das Problem. Jetzt soll ich nicht zu schnell rennen. Wir haben ja Zeit. Wobei, der Sturm kommt und da drüben schießen die noch. Ich glaube, der Sturm wird die gleich mitnehmen. Wenn die sich nicht... da rausbegeben. Kann zum dreitausendsten Mal versuchen zu klettern, aber... Er akzeptiert's einfach nicht. Ich weiß nicht, was das ist. So, wir sind jedenfalls gleich aus dem Auge des Sturms raus. Äh, andersrum. Im Auge des Sturms drin. Okay, wo? Scheiße. Ich seh... Dass ich die immer nicht seh, ist schlecht. Da. Kommt aus dem Sturm, oder was? Really? Na gut, dann. Rette dich doch erstmal selbst, Kollege, wa? Hab mich eh nicht getroffen. Das ist nicht, was ich mitnehmen wollte. Cool. Ja! Da haben wir jetzt nämlich schon den Salat. So, kommt der jetzt hier hinterher irgendwo? Also schafft der's aus dem Sturm raus? Hier drüben ist eine Kiste. Will ich da hin? Da kommt doch safe jetzt alle hin. Oh, aber scheinbar. Soll. Ach, die kommt da... Oh. Ich hab'n hier genau richtig gelandet. Okay, Southpack ist besser. Das war ne lila Waffe. Also was will man denn mehr? So. Wir sind auch schon wieder gut an der nächsten Grenze dran. Also das passt. Oh, versammeln wir uns jetzt bei der Wave Cave. Uh. Wir versammeln uns bei der Wave Cave. Langsam, 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 langsam. Nette mal, nette mal rennen. Das macht nur Geräusche. Vorsichtig. Vorsichtig. Schön leise. Dieses dringende Auftrag, den das da oben stört, ist... Oh, oh. Nix gesagt. Wir haben jetzt ganz andere Probleme als den Auftrag. Aber das galt nicht mir, der Schuss. Aber bei dir galt der Schuss. Hä, hallo? Ey, der checkt ja gar nix. Das ist jetzt nicht wahr, dass ich den nicht krieg, ne? Das ist jetzt nicht wahr, dass ich den nicht krieg. Alter, das ist nicht wahr. Das kann nicht wahr sein, dass ich den nicht bekommen hab. Das ist da halt über alle Berge. Wo? Ist da von oben einer? Ist da oben irgendwo? Yay, Levelaufstieg. Da wär ein Tier. Gib mir dein Fleisch. Ach, das ist Kondition. Egal. Tier. Oh, ich kann nicht mehr da hoch. Das ist jetzt blöd. Ja, noch kann ich da hoch. Noch kann ich da hoch. Wo ist der Typ, in den ich da hätt? Das kann nicht wahr sein, dass ich den nicht mitgenommen hab. Bruder. Wo kam denn der her? Da fährt einer. Knauze. So treff ich den nicht. Nice. Puh. Scheiße. Noch was, was näher rangeht? Nee. Oh, dang it. Okay, aber dann kann ich jetzt Fleisch essen. Ah. 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 Okay, wir machen das Finale wirklich bei der Wave Cave. Bruder. Wo? Scheiße, dass ich den mal nicht sehe. Scheiße, scheiße, scheiße. Immer schlecht, wenn die einen sehen, aber ich die nicht. Mist. Jetzt kann man's nachladen denken. Und es wird nochmal kleiner. Eiii. Aber die Richtung ist gut. Wie? Ich hör... Fallschirm? Da. Da. Drip. War vielleicht nicht der beste Landort für dich. Ah, ist jetzt schlecht. Ich wollte das Fleisch jetzt nicht essen. Wo ist denn der? Ja, schade. Dritter. Okay. Aber war doch mal gar nicht so eine schlechte Runde. Wir haben viele Missionen erledigt. Das gefällt mir. Okay. Na dann. Aber trotzdem, das Leveln bringt eigentlich nur was, wenn man so richtig diesen, 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 diesen Dings hat. Na, den, den Battle Pass. Werd ich mir mal überlegen. So, erstmal genug Fortnite. Gib mir das. Na, das ist, das ist halt das Ding. Diese ganzen Sachen hier bringen ja wirklich nur was. Auch das hier. Das bringt ja auch nur was, wenn man denn... Ja, ich glaube schon, ich glaube, das Spiel ist nicht so ganz vollwertig ohne den Battle Pass. Ich glaube, den kann man sich schon mal erholen. Das ist, das ist nicht... Das ist im Rahmen. Das ist im Rahmen. Okay. Kann ich eigentlich... Also, kostet mich das jetzt was? Kostet mich das Sterne, die zu holen? Oder ist es einfach so, hey, du kannst es haben ab dem und dem Ding? Wobei, ne, ich meine hier 9, 10, 5. Über deine Sterne einzufordern. Was ist denn das hier? Ach, das ist der, der ist hinter, am Rücken. Kosten. Ja, okay, das sind Kosten. Ne, dann, dann lassen wir das erstmal. Gut. Dann schließen wir hier ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich weiß nach wie vor nicht, warum das Klettern nicht klappt. Aber ich habe verschiedene Theorien, warum es nicht geht. Es ist halt komisch. Muss ich eigentlich noch was klicken, dass ich die abgeschlossen habe? Oder werden die einfach als abgeschlossen akzeptiert? Okay, hier wird es dann weitergehen. Durchsuche Lebensmittelkisten und so weiter. Kann man immer wieder machen, ne? Schließe drei tägliche Aufträge ab. Das wäre dann halt das hier gewesen. Aber muss man jetzt auch nicht tun. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen zum letzten Mal. Und sage Tschüss.